Weißt du mal, da steht kaum 5 Sekunden da und dann schon werde ich geschossen und sehe Handgranaten fliegen. Wo er dann offline gegangen ist und ich auch, habe ich ihm noch einen C4 direkt vor die Füße gelegt. Dann hat er ein bisschen geflucht, weil er direkt in unserem Technikstation gesessen ist und die Leute abgesnackt hat. Und ich habe ihn dann einfach gekehlt, so unfairerweise. War das unfair? Er oder du? Ja gut, Teammitglied, das Warno spielt, das ist unfair von ihm und meins, dass ich es schamlos ausnutze, dass er da sitzt und wartet. Ja, hat sich ausgeglichen. Ich würde sagen, es war ausgeglichen, so 50-50. Dass es 50-50 war. Ich bin der Max da. Hm, ich sehe es. Oh, na Gott, das war dumm von mir. Nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Oh, ich kann wieder in 3 Sekunden mein Spum bieten. Ich komme wieder als schwere. Da habe ich immer so Pech gehabt, dass gerade die Max dann gerade gekommen ist. Ich glaube, ich sehe mit einer Sperrteilung, deswegen geht es eigentlich. Ja, ne, ich weiß, wie ich mit der Schweren eigentlich relativ gut zu beidern. Na gut, die Max ist da und wir haben Sunny hier oben. Ich glaube, das müsste man jetzt locker flockig da durch die Runden bringen. Alter, schießt der. Hauptsache, er beschießt mal alles. Video to Jakob. Na, jetzt macht der mich mit der... Was macht denn der Pech? Mit der... NS11. Ist noch ein Sunny da? Nein. Kommt ganz viel, aber ich komme nicht mehr rein. Weil der Sunny, wo der unten steht, nicht aufmacht. Ich will das hasse, wenn sie Sunny spielen und nicht der Sunny öffnen, dass man spawnen kann. Was allgemein hat sich Sporzen von Wano. Kämpft gegen Schwere, der hat sich seine Shotgun erst mal raus. Ja, du hast Glück, du kannst aber wenigstens nach meiner Spawnpeakon-Diff spawnen. Ey, ich überlebe heute relativ lang deswegen. Ich lade nicht zurück. Ich bringe Sunny mit. Mein Nächsten. Das gibt es jetzt wirklich nicht. Ich stehe getarnt in der Ecke. Ich lukte noch dazu mit der Sperrtarne. War also fast unsichtbar. Der hat mich trotzdem noch bekommen. Im letzten Moment. Da habe ich mich gesehen. Ja, da habe ich bestimmt laufend Sinn oder so. Ich kann mich nicht mal bewegen. Ich schande das so Zeit. Keine Zeit, pass ich. Sunny spawnen. Ja, Beste. Das ist auch nur ein leichter Grafikpack, weil deine Nummer zeigt es mir auf der Straße an, obwohl du bei mir drin sitzt. Ja, das ziehst du immer ein bisschen. Ja. Ist aber bei mir auch so. Ich muss echt dann ein bisschen was draufpacken. So Turbo-Jarzy und so Sachen. Ich bin ja richtig langsam mit dem Dinger. Ja, ich habe ihn schon fast voll. So, jetzt darf ich die Auswahl nicht verpassen. Ist direkt bei A. Nein, 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 nein. Ja, Gott. So. Ich weiß nicht, wie er die Ausfahrt verpasst hier. Ah, was schon. Jetzt hat er aufgemacht, der andere, Sandy. Boah, so ein Wick. Ein kleiner Dummbatz. Dumm Arsch. Jetzt kann ich meinen hier nirgendwo hingestellt und gescheit. Stell deine Leben hin am besten. So, dass ich ihn aufmachen kann halt. So. Nein, kann ich hier nicht. Nicht hier. Dann geht's hier nicht. Jetzt geht's. So, jetzt kommen wir. Woher, ganz ich, woher, was geht das? Bist du wieder mit der Speer unterwegs? Ja, ich frage. Du kannst, habe ich ganz so ein bisschen weh. Hat er sich einfach umgedreht, hat er sich einfach umgedreht, hat er in den Hattel reingeknallt. Wieher wissen die, dass da mein Sandy schon wieder steht? Weißt du mal, der steht kaum fünf Sekunden da und dann schon werde ich geschossen. Und sie hat Granaten fliegen. Dann ist er wieder weg. Irgendwo hinter mir auch noch. Boah, nö. Das ist ja weg und beim anderen Sandy kannst du nicht spawnen. Also, das sind nicht echt behindert. Komm, wir lassen uns rüber zur Bastion gehen und dann Richtung Auraxi kommen. Weil, soll ich, soll ich spawnen euch da einbauen? Ständig gibt noch. Liebst du noch? Ne, du darfst auch nicht mehr. Ich lebe noch. Aber dann gebe ich dir Truppförder. Dann kannst du mir eine Spawnbeacon geben, dann komme ich auch wieder. Ja, aber trotzdem ist das... Mal ein bisschen nach... Ich stelle sie dir gleich. Ja, ja, klar. Und danach gibst du mir wieder Problem, dann kann ich als nächstes dann wieder dich setzen. Aber so, direkt über dir ist einer. Der hatte ich ein Visier, oder? Nein, hat er nicht. Ich habe ihn markiert, deswegen. Der sucht dich. Der steht direkt immer noch vor dir. Der hatte ich bewege. Der hatte ich bewegt, bist du weg. Jetzt lauft er weg. Der Herr. Jetzt hast du ihn. Ah, ne, doch nicht. Aber es ist jetzt schön Spawnbeacon, dass ich wenigstens komme. Nein! Das habe ich einen Fehler gemacht. Zu früh gedrückt. Ja, honne. Uge. Ja. Ja. Zu früh gedrückt. Kanate noch werfen. Der hat, nein, der hat es im Ernst noch geschaut. Ach, immer dieser Nut mit der Shotgun, immer. Aber egal, wir haben ja nur noch einen Sandy da. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja, er ist Sandy. Ich bin gestorben auf der anderen Seite. So, und jetzt aber, jetzt mach mal was uns. Ich gehe meine KD wieder so richtig flöten. Das einzigste, warum ich nur die Sperrtank gerade benutze, dass ich, wenn ich mal Oraxien mal reiche. Die einzigste Art, wie du eigentlich aktiv mit einer Pistole spielst. Weil, eine andere Waffe kannst du nicht nutzen. Ne, dann ist es wie... Warum hat der dich jetzt erschossen? Hat er... War das der eigene gerade? Guck mal nach. Heißt der General irgendwie? Dann musst du einen Spion killen hinter dir. Ein M3 Lon. Oh, leck mal, es kommt, guck mal, es kommt, es kommt jetzt. Von uns oder von denen? Von uns. Äh, ich will nur sagen, Barton ist aufgetaucht, wenn ich mal recht nicht raten darf. Ja, vermute ich auch mal. 24 bis 48, ja, es ist ein Barton aufgetaucht. Und alle beziehen Gleichstellung bei A. Ja, nur 74 Kills fehlen. Für ein Kommi. Irgendwie nicht aktiv damit spielen. Ich serzt was. Boah, Mann. Leck. Soll ich da mal spielen? Äh, wusste nicht. Das macht du deine 74 Kills-Station. Boah, das ist doch beschissen ist das hier. Die 74 Kills-Stationen im Ding länger. Mit was? Bei, bis, mit einem Spy-Dauer, das 74 Kills-Stationen bis hin länger. Ja, du bist halt geheim. Ähm. Ja, aber ich glaube, diese Station müssten wir jetzt einnehmen mit 24 bis 48 Mann. Ja, wir trinken sie ja gerade schon bis zum Spawn zurück. Jawohl. Wo muss ich noch? Komm, ich geh von mir weg, du eigener. Moment, das ist ein Fuß von einem. Irgendwie leckt das ein bisschen bei mir, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe ja auch noch 22 Frames. Keine Wunder. Das ist bei mir leckt. Warum auf einmal Grafik-Speicher? Habe ich eigentlich genügend? Also, Arbeit... Ja, nee! Festplatten-Speicher. Und ich habe im Hintergrund auch nichts laufen momentan. Komische Sache, diese Sache. Komisch, komisch. Komisch, komisch, komisch.